Chris Froome ist zum vierten Mal Gesamtsieger der Tour de France geworden. Glückwunsch. Aber wissen Sie, wer auch so richtig radverrückt ist? Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Die Eritrea. Jawohl, radverrückt. Eritrea ist völlig abgeschottet und bitterarm. Menschenrechte werden dort missachtet. Das toppt eigentlich nur noch Nordkorea. Weil es aber Präsident Afe Verki passt, wird der Radsport gefördert. Mit Sport kann man ja ein 1A mieses Image hübsch weichzeichnen. Und so wie man hier mit leichter Genickstarre auf die Tour de France blickte, so bejubeln in Eritrea die Menschen ihre Tour d'Eritrea. Bislang ein Closed Job, doch mag schlöpfen. Es geht irgendwie so schnell. Ein Organ tut nicht das, was es soll. Man wird älter, kann nicht mehr gut laufen oder sprechen. Oder der Gang zur Toilette wird auf einmal zum Thema. Und schon zieht da noch jemand ein. Die Einsamkeit. Wenn immer mehr Menschen älter werden, dann werden sie auch einsamer. Der graue Druck nimmt zu. So nennen sie das in den Niederlanden. Gegen diesen unsichtbaren Mitbewohner, der sich dann bei älteren Menschen leicht einschleicht, die Einsamkeit, kann man aber etwas tun. Schlichte Idee, sehr schöner Effekt, sagt Norbert Lübers. Und das ist sie. 160 Senioren und sechs Studenten sind eine etwas andere Wohngemeinschaft. Beim aktuellen Streit um den Tempelberg in Jerusalem habe ich jetzt öfter gedacht, Mensch, das sieht doch fast wieder so aus wie bei der Intifada 1987 und 2000. Ähnliche Bilder und mittendrin immer Jugendliche. Dieser Konflikt wird von einer Generation in die nächste weitergereicht. Das Problem zwischen Israelis und Palästinensern ist überhaupt nicht gelöst. Eine Folge davon ist, dass im Westjordanland und erst recht im Gazastreifen die Gesellschaft konservativer und autoritärer geworden ist. Für junge Frauen gibt es weniger Freiheiten, freundlich formuliert. Umso bemerkenswerter fand es dann Susanne Glass, als sie im Gazastreifen von einem jungen Comedy-Star hörte. Star, weiblich, mutig. Anfang August werden die Kenianer ihren neuen Präsidenten wählen. Kenia ist in Afrika eine Regionalmacht, ein bisschen so wie Deutschland in der EU. Eine relativ stabile Demokratie auch. Naja, relativ. Kenia liegt in Ostafrika. Die Logik von Wahlen sind in Kenia so wie überall auf der Welt. Zuerst mal müssen die Bürger satt sein, sonst geht gar nichts. Aber die Preise für Maismehl sind um 50 Prozent gestiegen. Das sind eben nicht alle satt, sagt Sabine Boland. Deshalb ist Maismehl in Kenia nun eines der wichtigsten Wahlkampfthemen geworden. In Kenia wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet zwischen dem Bewerber Odinga, den wir gerade gesehen haben, übrigens in der DDR, der studiert und nennt sich Sozialdemokrat, und dem jetzigen Präsidenten Keniata, der ist Millionär. Jetzt geht's weiter mit der Tagesschau aus Hamburg. Und wir freuen, wir lauern schon auf Ihre Reaktionen auf Facebook. Tschüss. Tschüss. Lightning. Tschüss. Nichts mal Oğlum. Tschüss.